Und da wären wir wieder, bei der verwunschenen Bastion. Und sie bedeutet, der Ort, an dem sich Gannon auffällt, oder besser gesagt, unterhalb des Meeres, in Hyrule. Und dort werden wir jetzt hingehen und ihm zeigen, was Sache ist. Und nämlich, indem wir wieder runtergehen, Gannons Kastell. Ja, jetzt gibt es absolut kein Zurück mehr. Wir haben alles erledigt, was es zu erledigen gibt. Ja, und das bedeutet, jetzt geht es ums Ganze. So, die Action geht weiter in diesem Raum, wo wir ja schon im letzten Part waren, aber hier nicht so viel gemacht haben. Ja, wir haben uns diese schönen Kerzen angeschaut, aber sonst haben wir nichts mehr gemacht. So, genau, mehr haben wir nicht gemacht. Aber besonders wichtig ist diese Steintafel hier, die sieht ja sehr verdächtig aus. Die Schwerter, die meine Knechte in den Tiefen der Dunkelheit schwingen, weisen den Weg zu mir. Ja, ich finde es ja echt nett, dass Gannon uns schon mal einen Tipp gibt, wie wir zu ihm gelangen können. Aber es ist ja ziemlich nett von ihm. Ja, das wird jetzt unsere Aufgabe sein. Wir kämpfen nämlich mal wieder gegen einen... Wow, alten Bekannten. Haha, was ist zurückgeschleudert. Ja, wir kämpfen mal wieder gegen einen alten Bekannten. Phantom Gannon. Der möchte auch nochmal zeigen, dass er Herr im Haus ist. Oh, und dem haben wir schön eine mitgegeben. Ja, hat wohl auch keinen Bock jetzt zu kämpfen. Okay, man sieht schon, man muss nämlich hier am Stil achten, wir sollen in diese Tür. Es gibt auch andere Räume, wie ich im ersten LP erfahren habe. Aber das ist nur noch wichtig, zum Beispiel, wenn man jetzt beispielsweise noch irgendwelche Gegner nochmal fotografieren möchte, die man vielleicht doch vergessen hat. Aber die gibt es ja unendlich eigentlich und deshalb ist das nicht so wild. Das ist aber lächerlich. Da kannst du schon auch noch ein bisschen was Besseres einfallen lassen. Okay, wo ist der Nächste? Da. Ja, das altbekannte Tennis-Spiel, das kennen wir jetzt auch schon zu Genüge. Gut, wenn ich mich so recht entsinne, könnte man es auch schaffen, mit einer leeren Flasche zurückzuschleudern. Aber... Aber ich habe keine leeren Flaschen, deshalb können wir das leider nicht ausprobieren. Aber... Ich denke mal, ob wir das jetzt mit einer leeren Flasche machen oder mit einem Schwert. Wir dürfen immer nur in die Tür rein. Oder geradeaus die Tür. Ist nicht so wichtig. Wow. Es kommen schon mehrere. Ah, fast. Naja. Auch die Attacke schon wieder das rote... Die rote Aura. Nur mit einer schönen Sprungattacke zurückschleudern. Ach, schade, hat er überlebt. Oder hat er ihn nicht betäubt. Och. Kannst du dir nicht was Besseres einfallen lassen? Ja, das war jetzt... Da hat das Timing nicht gestimmt. Ah, jetzt macht er es wieder mit dem Blauen. Wieder Tinnyspielen. Langweilig. Talent, echt nicht dazu. Das gibt's doch nicht, ey. Einen Treffer und er flüchtet schon wieder. Ganz schöner Feigling, der Kerl. Ich hab auch sogar keine Ahnung, wie viele Räume wir hier noch machen. Auf die Attacke schon wieder. So, jetzt war das Timing besser. Aber das waren leider nicht viele. Können wir eigentlich nur was mit unserem Boomerang ausrichten? Nö, gar nix. Auch nicht. Aber jetzt entschließt er sich wieder für Tennisspielen. Ach, weißt du was? Phantom Ganon. Du kannst dir auch was Besseres einfallen lassen. Du kannst dir echt auch was Besseres einfallen lassen. Aber gut, diese Technik macht er ja so ziemlich in jedem Zelda. Also weder Phantom Ganon und auch der richtige Ganon. Ich dachte schon, das Timing hätte nicht gestimmt. Wir können ihn nur noch dazu verletzen, indem wir das Tennisspielchen schaffen. Merke ich. Das bringt nichts mehr. Doch. Doch, jetzt auf einmal doch wieder. Ich glaub, es kommt doch an, wie viel man von den Dingern trifft. Was soll's. Next Room. Das nimmt kein Ende mehr. Wie er scheint. Und er ist schon wieder unser Freund. Wird das gedacht. Ja, es war viel zu früh. Naja, wir haben ja mit keinen Schaden genommen. Das ist das Wichtigste. Ja, das waren viele Wut. Oh Gott, bist du irgendwann mal besiegt? Hm. Oh. Ich glaub, wir sind durch. Ja, das sieht gut aus. Oh. Wir werden schon wieder gelangweilt. Was war das jetzt? Das schwert mir doch schon längst zurück. Na, egal. Weißt du was? Ich geh gleich weg. Äh, das waren zu wenige. Das zählt nicht. Das hab ich schon so gesehen. Das waren jetzt aber ein paar. Das zählt aber immer noch nicht. So. Oh. So. Weg. Nö, anscheinend nicht. Dann nicht. Oh. Es erscheint eine Truhe. Was mag das sein? Es ist das letzte Dungeon-Item. Und das ist... Die Lichtpfeile. Du kannst versuchen von ZR zu ihnen umschalten. Die Kraft des heiligen Lichtes ist nun mit dir. Und das ist doch perfekt. So. Jetzt haben wir die Power. So ziemlich jeden zu killen. Ha. Jetzt kann uns keiner mehr was. Mit den Lichtpfeilen. Oh. Wir kommen wieder am Anfang raus. Hm. Oh. Wir werden direkt schon wieder von ihm gelangweilt. Weißt du was? Ich sitze gleich echt mal eine rein. Aber erstmal... Ja. Wollte ich sagen, konter ich das aber dann. Komm. Nichts mehr kontern hier. Tschüss. Das war's. Mein Lieber. Und ich merke, wir haben ein bisschen Schaden genommen. Ich denke mal, es wird Zeit noch was zu saufen. Und zwar blaues Elixier. Aber ich hab keinen Bock, dass Ganon uns jetzt richtig reinhaut. So. Ja. Mithilfe dieses Schwertes, das wir jetzt von ihm haben, können wir auch ganz einfach weitergehen. Und damit ist diese Tür auch kein Problem mehr. Oh yeah. Oh yeah. Schwert ist weg. Wo ist es hin? Magie. Auf jeden Fall. Sind wir jetzt durch. Und können in diesem letzten Gun... ja, nochmal alle Kraft zusammennehmen und dann ist es soweit. So. Und jetzt, da wir die Lichtpfeile haben, ist nicht ein einziger Gegner mehr von uns von Relevanten ist. Eintreffer und die Gegner sind tot. Mit dem Ding, mit dem heiligen Lichtbogen sind wir jetzt total overpowered. Keiner hat jetzt noch was gegen uns, was zu sagen. Nicht mal mehr Gunndorf. Aber gut, ob das so einfach ist, das zu behaupten? Hm. Auf jeden Fall lassen wir nochmal diese kleinen Gegnerchen hier kommen. Diese dumm unterbelichteten Moblins. Die gar nichts können. Auch. Diesen Explosionen. Das war mal richtig geiler Treffer übrigens. Oh. So viel Kohle hier noch. So, der letzte Treppengang. Und dann wartet er. Och, wie süß. Äh, nein, nicht den Hammerlink. Das hier. Und Nummer... Zwei. Haha. Keiner hat meine Chance. Die Tür geht auf. Was wartet da? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur... Es wird brutal. Oh, nochmal eine Fee. Das ist gut. Die werde ich mir aber nicht mehr reinnehmen. Eine Fee reicht. Aber nur, dass ich nochmal voll aufgeheilt bin. Das ist nicht schlecht. Wenn ich ehrlich bin, würde ich auch nicht mal mein blaues Elixier verschwenden müssen. Ach, egal. Das schaffen wir auch so. So, ja. Jetzt gilt's. Jetzt haben wir keine Ausreden mehr. Jetzt heißt es... Zu kämpfen. Ja. Jetzt gibt's keine andere Möglichkeit mehr. Jetzt kommt es drauf an. Und mir fällt auch gerade ein, wir brauchen erstmal unseren Boomerang. Ja. Das sieht gut aus. Gut. Was sagt die Zeit? Ich mach jetzt einen Cut. Nein, mach ich nicht. Wir betreten die Tür und stellen uns gännen. Und fällt eigentlich, ich brauche noch meine Kamera. So, mein bester Zeit auszudienen. Und eine Riesenhalle. Da ist sie. Zelda. Oder auch Tetra. Wie man's grad nimmt. Sie schläft. Hat er sie in Trance gezaubert? Und sie ist eingeschlafen. Warte. Überstürze nichts. Ich kann ihre Träume sehen. Mehr. 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 Und noch mehr, mehr. Nichts als mehr. So weit das Auge reicht. Ein Meer, in dem es nicht einmal genug Fische gibt, um einen zufriedenstellenden Fang einzuholen. Und an dessen Trostlosigkeit sich nichts ändert. Egal wie weit man auch schwimmt. Was waren noch gleich wieder die Worte des Königs von Hyrule? Die Götter haben Hyrule versiegelt und verbannt. Und sie haben ein Volk hinterlassen, auf das es Hyrule eines Tages wieder auferleben lasse. Dass ich nicht lache. Eine Handvoll Inseln im Meer und ein paar Menschen, die nicht besser sind, als das weggewordene und zu Boden gefallen der Habe einer Stamm im Baum ist. Was können sie schon vollbringen? Versteht ihr es denn immer noch nicht? Ihr kleinen Narren. Die Götter haben euch verraten. Sonst hat er mehr gesagt. Ich habe auf dich gewartet. Auf dich, der du mich als würdig erweist, vor mich zu treten. Nur dafür bist du überhaupt zum Helden geworden. Ich weiß, dass du das lustig findest, aber jetzt tu mir den Gefallen und enttäusche mich nicht. Wir werden schon noch sehen, wer hier zuletzt lacht. Mein Freund. Was machst du da? Geht's dir gut? Oder so? Ich frag nur mal so. Ja. Hi. Ja. Nettes Ding. Zelda liegt ja immer noch. Ja. Darf ich vorstellen? Das ist Kurganon. Ganon oder besser gesagt Kurganon. Ganons übel zu formen. So. Wir brauchen unsere Kamera, weil wir noch ein Foto haben wollen. Das ist in dieser Form noch am leichtsten zu bekommen. Perfekt. So. Jetzt ist es unsere Aufgabe, die ganzen Seile wegzuhauen. Oh nein, sie ist schon ab. Das ist cool. Ah, ne. Sind sie reich. Denn nur so kommen wir an die blaue Kugel ran. Denn die stellt einen Schwachpunkt dar. Oh, das ist in dem Verhindern, dass er angreifen kann. Natürlich will er verhindern, dass wir zu dieser Kugel kommen. Oh. Okay, jetzt kann er nicht mehr angreifen. Jetzt hängt er nur noch so da. Ist traurig. Och. Ich glaub, eine Kugel, ein Angriff dieser Kugel braucht drei. Das muss ich aufpassen. Der kann ich natürlich auch wieder regenerieren. Autsch. Doch, habt ihr die Drehx-Fledermäuse? So, jetzt. Bam. Schön, wieder dicht mit dem Nichtfall drauf. Aber natürlich war es das noch nicht. Das wäre ja auch viel zu einfach gewesen. Und jetzt regeneriert er sich wieder und wir dürfen wieder mal die Seile kappen. und auf ihn aufpassen, dass er uns nicht angreift. Weil sieht er zumindest aber nix. Es reicht aber trotzdem noch, um uns was zu treffen. Gefährlich. Komm, Boomerang, du schaffst es. Jawohl. Bam. Du kannst doch nix. Wie ich sagte. Okay. noch ein drittes Mal. Gib doch einfach auf. Das wäre die einfachste Möglichkeit. Aber nein, er hat natürlich keinen Bock dazu. Warum wollte er das? Das wäre ja fast so einfach und das war ganz schön knapp, dass ich jetzt nicht getroffen wurde. Okay, alles wieder ab. Wie sehe ich die eigentlich an? Jetzt kam gerade die Kugel und deshalb musste ich angreifen und mir die Fledermaus. Egal. Cool, besiegt. Das geht schnell. Oder da. Äh, nein. Ist doch noch nicht tot. Und er ist eine dicke, fette Spinne. Ja. Was er vorhin war, keine Ahnung. Ich habe, das sollte ein Bär sein oder so. Keine Ahnung. Ja, unsere Aufgabe jetzt gucken, wo sein Hinterteil ist. Und wieder mal mich bei drauf. Wo kommt er jetzt wieder runter? Wo kommt er runter? Da. Oh, wie er da auch schön die die Fledermäuse ausgeschaltet hat. Das fand ich geil. Das fand ich geil. Nervt doch nur die blöden Drecksfledermäuse. Die kannst du dir auch sparen. Okay, da. Oh, das war knapp. Und Tschüss. Vielleicht sogar schon seine leichteste Form. Ja, und jetzt kommen wir zur schwersten Form. Der Wurm. Ja. Er rast jetzt hier mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit durch die Arena. Unsere Aufgabe ist es natürlich wieder sein Hinterteil zu erwischen. Und ich glaube, ich sollte lieber die Position halten. Und einfach nur perfekt zielen. gut. Ah, Mist. Yes. Treffer Nummer 1. Das gilt natürlich auch wieder das dreimal zu machen und Ihr habt richtig geraten, der wird mit jedem mal schneller. Boah, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Und ihr seht auch schon, da kommen solche Dinger runter, die geben uns neue magische Energie und Pfeile, wenn wir da... Boah. Autsch. Wenn wir da Mangel haben. Boah, hau doch mal ab. Er hat uns eingekesselt. Ah. Boah, er hat uns eingekesselt. Boah, und es leckt auch irgendwie. Boah, Schenergie. Aber geil inszeniert ist es, das muss man mal sagen. Boah, jetzt wird er mir ein bisschen brutal. Geht doch mal woanders hin. Ich brauche meinen Freiraum. Ah, Mist. Fast. jetzt. Nächster Treffer. Okay, einmal noch. Fast. Eier, wie das leckte. Soll in Slow Motion. Fast. Komm schon. Kleines Miststück. Nein. Er hat schon Stil. Das muss man ihm lassen. Größer. Ja, die Kopp waren natürlich von hinten an gerauscht. Lass mich nochmal wieder in Ruhe. Boah. Der haut rein. Okay. Komm her, mein Freund. Zu früh. Ah, fast. Komm schon. Ich weiß, wie das ist. Ich glaube, nicht mal ist das. Jetzt geht er mir schon wieder auf die Pelle. Im Nahkampf haben wir keine Chance gegen ihn. Das weiß er langsam. Mist. Yes. Boah. Endlich haben wir es. Oh, das hat reingehauen. Ja, wie gesagt, die letzte Form, die ist brutal. Da braucht man Glück. Aber wir hatten es zum Glück. Und er ist tot. Aber leider ist das nur seine Ganon-Form. Der richtige Ganondorf lebt immer noch. Sehr gut. Du bist also die Reinkarnation des Helden der Zeit. Komm, endlich runter, du feige Sau. Dann ist die Zeit also reif. So sei es. Komm. schon wieder den großen machen und abhauen. Aber gleich ist es soweit. Aber das wird im nächsten Part erst sein. Und dann wird das wohl der vor- bzw. drittletzte Part, schätze ich. Okay, hier ist nichts mehr. Okay. Ja, jetzt dürfen wir noch dieses lustige Seil hier hochklettern. hochklettern, Link. Ja, ja, das war schon was. Können wir kurz die Kamera richten? Nö, ich darf wohl die Kamera nicht mehr richten. Warum auch? Wieso? Weshalb? Keine Ahnung. Ja, jetzt gilt's. Ganz hochklettern. Ja, der Kampf hat reingehauen. Aber komm, wir haben noch zweimal Omas Suppe oder eine Fee sollten wir packen. Und ich glaube, es gibt da oben auch noch eine Fee. Boah, wenn ich runter springen, denke ich, das finde ich gut. So, Zeit für den Greifhaken. Und ich nehme auch meine magische Barriere mit. Ich glaube, dass wir die nicht brauchen, aber ich zeige es euch mal eben. Die haben wir noch nicht gezeigt. Unsere Rubine. Ach ne, stimmt, wenn wir jetzt getroffen würden, kostet das Rubine aber keine Herzen mehr. Hm. Aber gut. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Da geht's weiter. Ja, aber müssen wir natürlich von dem anderen Strang da gehen. Nicht runterspringen. Das wäre jetzt nicht gut. Da müssen wir nämlich die ganzen Dinge wieder hoch und das wäre blöd. Aber passt schon. Ja, dann ist es so langsam soweit. Kurgan uns besiegt. Wie findet ihr ihn eigentlich? Ulkig. Ulkig. Ja, oder irgendwas dazwischen auf jeden Fall. Okay, hier gibt es noch ein paar Krüge. Da hat wahrscheinlich noch mal, ja, magische Energie. Obwohl wir die, glaube ich, nicht mehr brauchen. Ne, brauchen wir eigentlich nicht mehr die magische Energie. Gut, wir könnten natürlich noch auf die riesen Wirbelattacke setzen, aber das müssen wir eigentlich auch nicht mehr oder dies nicht empfehlenswert gegen Gandalf. Oh, ein Stückchen zu weit. Ein Stückchen soweit. Aber so passt. Ja, wir haben alles geschafft. Fast alle Figuren, fast, ja, alle Herzen, alle Schatzkarten und nur noch einer muss sterben. Und das ist Gandalf. So, holen wir uns noch mal zum Schluss eine Bombe raus, damit wir noch diesen Teleporter-Krug freisprengen. Der bringt uns natürlich wieder bis ganz nach unten, aber das müssen wir eigentlich nicht mehr tun. Ja. So, kümmern wir uns noch mal, was hier alles noch ist. Schein, aber dass es keine Fee hier mehr gibt. Ah doch, hier ist noch meine Fee. Gut. Gut, gut, gut. Bing, 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 bing. Ah, nicht voll geheilt, aber komm schon. Das werden wir schon schaukeln hier, das Ding. Gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Im nächsten Part geht die Action los. Dann darf Ganon zeigen, was in ihm steckt. Gut, wenn euch aber gefallen hat, Daumen hoch und wieder einschalten beim Finale von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ja, bis dann und tschüss. Oh yeah.